So, gut, wir kriegen keinen Kassettenrekorder und somit scheißen wir drauf und machen uns am Weg und suchen die Evelyn, wo auch immer sie ist. Ich glaube halt eins, wenn ich ganz ehrlich bin, wir werden mit der Puffen nicht viel anfangen gegen das Madl, aber wer weiß schon. Verschlossen. Hinaufklettern. Wo? Wo kann ich da raufklettern? Halt, was? Wieso? Wo habe ich das jetzt gekriegt, das Icon? Ah, da. Uiuiuiui. Siehst du denn, ey? Ich bin so da oben. Das schaut mir ganz so aus. Oh Gott. Oh Gott. Pin. Vierzehn. Wir kommen der Geschichte schon näher. Das wäre vielleicht besser, wenn du die Puffen mit der Hand lasst. Okay, da wird es noch näher. Was haben wir da? Geht auch jetzt hinaus. Das ist der Fluchtweg. Wir werden einmal da schauen jetzt. Oh Gott. Sie übergibt sich? Sie übergibt sich? Das heißt, das ist Kotze oder was? Na toll. Äh. Was brachten da da so? Gut. Oh mein Gott. Was haben die da gezüchtet für ein Wesen? Das ist ja ein Wahnsinn. Okay, wir kommen jetzt wieder weiter weg. Da ist zur. Was ist das? Zu verwenden das Objekt. Äh. Das haben wir nicht. Würde ich einmal sagen. Macht auch keinen Sinn, wenn wir Pflanzen oder was eine haben. So. Ich schaue auf jeden Fall einmal auf die andere Seite rüber. Wie geht es denn dem? Ich habe noch immer nichts zum Speichern. Scheiße. Jetzt ist er mit dem Lift runtergefahren. Das ist genau das, was ich nicht brauche. Dreck verdammter. Ich möchte noch vorher. Aha, schau. Wir finden doch noch das eine oder andere. Es ist ja wichtig, dass wir die Räume durchsuchen. Wer Gott vertraut, der frisst keinen Grad. Wir schon. Das heilt nämlich. Zu verwenden das Objekt. Äh. Nein. Du nicht schießen drauf. Das ist die russische Methode, aber nicht unsere. So. Okay. Der fällt mir jetzt gerade mal im Lift. Der fällt mir jetzt gerade mal im Lift. Ist das da irgendwie? Da ist eine Sicherung, aber die können wir nicht rausnehmen, okay? Evelin. Wo ist das Mädchen? Wo ist denn das Mädchen? Wo ist denn das Mädchen? Evelin. Evelin. Süße. Ah. 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 Okay. Die schaut nur so aus. Das ist eine Palette. Alles klar. Ah. Ah. So. Das. Wie viele von die Scheißvieher kommen denn da noch? Jetzt krieg ich Kraut. Das heißt, jetzt bin ich auf jeden Fall verwundbar. wieder ist sauber jetzt geht mir die Muni aber im Eiltempo aus und nichts zum speichern den können wir vielleicht da hängen ja das geht das geht auf jeden Fall den müssen wir nicht killen da sparen wir uns die Muni na komm ja wo ist er denn so ob klingt da ist wieder einer der Meier ist zumachen sehr gut na sehr was die kleine wieder zu Massenmörderin 17,16,12,12 7,6,5 toll da komm ich nicht rein wenn mir da noch immer was fehlt Alan ich glaube sie ist auf der anderen Seite dieser Tür aber ich hab keinen Schlüssel versuch das Schloss aufzuschmelzen du bist auf dem untersten Deck stimmt's schau in unserem Gepäck nach toll wo ist das Gepäck im Zimmer oder was jetzt mittel ok flüssige Chemikalie so schauen wir mal wir haben da jetzt ein Ätzmittel wir haben eine flüssige Chemikalie mit dieser Chemikalie können wir jetzt zumindest einmal erste Hilfe Flaschen herstellen was ist denn das da oben Bombe mit Fernzündern aus Servers ok Bist du böse auf mich Mami? nein Evie ich bin nicht böse warte wie hast du mich genannt? ich will nicht mehr im Labor wohnen ich will ein Haus und ich will dass du meine Mami bist ok Evie ich werde deine Mami sein komm nur jetzt sofort mit mir zurück ok wo bist du Evie? Evie Evie warte hast du sie gefunden? ja aber sie ist weggelaufen sie macht mehr Freunde die Dinger sind überall ich hab's dir ja gesagt geht's dir gut? mach du die Versorgung wie du endlich zurück bekommst so so toll scheiße ich kann da nicht oh mein Gott ich kann da nicht drüberspringen fuck so jetzt ist dann mein Muni aus jetzt ist dann wirklich guter Rad teuer 2,30 5,30 1,40 scheiße das war in der letzten Sekunde dass wir da jetzt noch Muni finden oh Eureka haben wir die vorher übersehen? schaut ganz so aus ach Gott scheiße können wir den vielleicht nein den können wir nicht die fressen ganz schön viele Kugeln boah E.B. D.F.R.A.T.S. was denn äh speichern war nicht schlecht bis jetzt habe ich keine einzige die Notfallverriegelung wurde aktiviert oh Ellen ich hoffe nur du lebst noch so so pass auf warum der immer schießt wenn man da kriegt Bombe äh Bombe ist auf 3 ok aus was denn geht nicht was mit der Bombe kann ich nicht ach so die muss ich am Boden naja die muss ich dann nehmen wenn ich sonst nichts mehr habe ähm bauen wir noch ein wir haben so viel Bomben ich sehe was da haben wir noch was wieso kann ich das nicht nehmen ok da geht es nicht weiter ok da geht es nicht weiter wir sind ja noch immer in dem Video drinnen im Video selber glaube ich ja nicht dass es irgendwas gibt zum speichern wie bist du hergekommen wo ist Evie sie ist außer Kontrolle ohne ihre Behandlungen wird sie verfallen gut dass ich schon sterbe sag sowas nicht dir vertraut sie das kleine Miststück nie hat sie ok warte Evie nein Evie Evie Erlen hör zu ich hab sie zu gemeint sie versucht die Kontrolle zu übernennen du musst sie bekämpfen das kleine Miststück ich Еслиتي her Barker die roh die roh die roh Ford oder sie till vier , die Ah ja, was für ein kleiner Fratz. Aber jetzt haben wir keine Lebenslinie mehr. Somit sind wir jetzt irgendwie einer von denen, würde ich mir behaupten. Gibt es da noch etwas, was wir nehmen könnten? Da kommen wir wahrscheinlich eh nicht mehr aus. Oh ja! Shit, okay. Und was tippe jetzt? Nee, das ist eine MP4-Datei. Ah, okay. Das ist die Sequenz, die wir am Anfang vom Spiel gesehen haben. Ethan, du hattest recht. So kam sie zustande. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber... Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht, such mich nicht. Vergiss, dass du mich je kanntest. Das ist also das Video, das er bekam. Was für ein Miss. Oh Gott. Wir werden für immer zusammen sein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah, so explodiert das Skifreis, oder? Okay. Oh, danke, danke, danke. Und das folgt zum richtigen Zeitpunkt. Ich bin ja überglücklich. Danke, danke, danke. So, das Bootshaus, das überschreiben wir nicht. Das ist ja, falls ich ein Alternate-Ende mache, muss ich ja von dem Bootshaus nochmal ausgehen. Oder vom Versuchsgelände vom letzten. Das war's ja nicht. Wir speichern ab 8. Da ist nix verhaut. Wunderbar. Bitte ist das herrlich. Ein schöneres Timing gibt's gar nicht. Das Stream hat ein Ende erreicht. Es ist spannend wie eh und je. Haha, super. Wie wird's weitergehen? In Kürze, hier. Let's play. Bis gleich. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020